oft werden wir gefragt was macht haurathon eigentlich in sachen nachhaltigkeit diese frage kommt von unseren kunden von mitarbeitenden oder auch von lieferanten schnell zu beantworten ist diese frage nicht denn das ist schon ganz schön viel und auch über die jahre hinweg sehr unterschiedlich neben der klassischen iso 14001 zertifizierung gibt es sowohl produktseitig als auch unternehmensseitig viele bereiche die hier genannt werden können alle diese maßnahmen haben wir nun in einen umweltbericht gepackt denn dieser war wesentlicher bestandteil für eine erfolgreiche csc zertifizierung csc steht für concrete sustainability council das ergebnis gold und das gleich beim ersten mal in einem solchen bericht und dem audit steckt jede menge arbeit maßgeblich verantwortlich dafür waren in den letzten monaten matthias kieninger leiter unternehmensentwicklung bei haurathon zusammen mit unserer management beauftragten für qualität claudia riemann matthias ist heute zu gast im podcast und kann uns deshalb am besten erzählen was eine csc zertifizierung ist was es dem unternehmen und auch den kunden und mitarbeitenden bringt und was das nun für konsequenzen für die entwicklung von haurathon hat diese folge ist absolut interessant für alle die wert auf eine nachhaltige unternehmensentwicklung legen und vielleicht auch einen umweltbericht beziehungsweise eine zertifizierung anstreben ich wünsche ihnen viel spaß beim hören dieser folge hallo matthias hallo lina vielen dank für die einladung ja danke dass du dir zeit nimmst heute um über den umweltbericht zu sprechen was macht ein unternehmensentwickler bei haurathon ja nicht ganz einfach zu erklären ich mache da immer so den test mit meine großcousine das erst vor kurzem gefragt und hat dann habe ich gesagt naja weißt du die normalen die abteilungsleiter schauen was ist heute zu tun oder welche herausforderung habe ich morgen und tatsächlich sind unternehmensentwicklung eher so das thema was mache ich eigentlich übermorgen das heißt so eine aufgabe ist die die weichen zu stellen und schon mal voraus zu schauen wo müssen wir denn übermorgen sein und das zahlt dann auf in die bereiche strategie in die bereiche organisationsentwicklung kapazitäten fähigkeiten von mitarbeitern aber natürlich dann auch prozesse dienstleistungen märkte und so in diesem dreieck könnte man sagen bewegt sich die unternehmensentwicklung ein bereich davon war jetzt in den letzten monaten eben die der umweltbericht beziehungsweise die csc zertifizierung vielleicht erklär mal kurz vorab was ist das konzept von csc und welches ziel verfolgt ist ja das csc steht hast du ja schon gesagt für eine concrete sustainability council heißt die organisation und es ist ein international verwendbares zertifizierungssystem das dafür ausgerichtet ist dass unternehmen die beton herstellen dass die sich ökologisch sozial und ökonomisch verantwortlich zeigen können und dementsprechend dann auch zertifiziert werden können in den edelmetallstufen bronze silber gold und platin und das entscheidende ist natürlich auch dass zudem die transparenz über den herstellungsprozess klarer gezeigt wird indem man nicht nur dann die beton herstellung sondern auch vorgelagert die abbauprozesse beziehungsweise die die zulieferer anschaut also das heißt es wird die ganze wertschöpfungskette betrachtet und das wie schon gesagt als internationales zertifizierungssystem und idee ist es natürlich über so eine csc zertifizierung kontinuierlich das nachhaltige wirtschaften in der zementrohstoff und in der betonindustrie zu steigern sicherlich ein grund warum wir jetzt speziell die csc zertifizierung gewählt haben aber es gibt ja jede menge andere zertifizierungsmöglichkeiten warum wurde genau diese ausgewählt wir haben die zertifizierung aus drei gründen ausgewählt zum ersten möchten wir unsere hauraton betonherstellung zertifizieren wir möchten einfach schauen beton beziehungsweise die vorgelagerte zementherstellung erzeugt da bekanntermaßen viel co2 das zudem geht es auch darum dass das sand und kiesabbau nicht spurlos an der landschaft vorübergeht mit der zertifizierung können wir unseren kunden und unseren stakeholder letzten endes einfach zeigen dass wir uns erfolgreich auf den weg gemacht haben für mehr nachhaltigkeit für unsere bemühungen in dem bereich und dass wir ein interesse haben unseren fußabdruck bei diesem werkstoff zu minimieren aber klar ist auch dass der weg noch ein bisschen geht und wir haben jetzt gerade eben erst angefangen mit den ersten schritten auch wenn es schon gute und erfolgreiche schritte waren zweitens und damit eng verbunden signalisieren natürlich auch an unseren rekunden qualität die qualität unsere betonprodukte und drittens geht es nicht also nur darum um den werkstoff und um die produkte sondern auch es geht darum eine ebene drüber das unternehmen zu zertifizieren in den letzten jahren ist verständnis von nachhaltigkeit breiter geworden früher war das einfach nur umwelt heute ist nachhaltigkeit auch neben der umwelt dimension die soziale dimension dann eine ökonomische dimension governance also wie wie führe ich ein unternehmen wie ist das wie ist es aufgebaut und der fokus ist auch weg von wir schauen zu nachhaltigkeit ein produkt an sondern natürlich nachhaltigkeit im sinne des gesamten unternehmens nützt ja nichts ich mache ein schönes produkt habe aber selber als das dahinterstehende unternehmen eine unglaublich große emission oder sonstige externe effekte mit denen ich die umwelt schädige und damit ist dann auch diese zertifizierung auch die betrachtung von unserem betonfertigungs herstellungswerk in der gänze sag mal ein paar konkrete beispiele was wurde analysiert angeschaut wurden die zentralen bereiche des unternehmens also wir haben angeschaut vorne dran denn den einkauf natürlich die produktion damit die verbundenen abteilungen bis hin zur logistik und abwicklung in randbereichen kann natürlich auch die bereiche compliance personal unternehmens führung sowie arbeits- und betriebssicherheit drin vor auch das wurde alles bewertet das ist ja schon eine ganze menge also eigentlich kann man sagen alle unternehmensbereiche welche herausforderung gab es jetzt während dem audit oder auch davor bei der erstellung des berichts also für uns war die größte herausforderung erst mal daten und zahlen zu erheben die wir seither nie auf dem schirm hatten tatsächlich in neue gebiete rein zu gehen besonders in erinnerung geblieben ist mir zum beispiel die erhebung der co2 bilanz des unternehmens in scope 1 2 und 3 das geht dann bis in den letzten details runter bis zum obstkorb den wir haben um da auch noch die die wirkung mit zu berechnen ein anderes beispiel ist die aufspaltung unserer abfallströme den punkt haben wir auch von einem wirtschaftsprüfer prüfen lassen der natürlich auch bis in die feinsten feinheiten vorgedrungen ist bis dahin haben wir das nie in der tiefe gemacht also war es passiert mit unserem abfall richtig abfall wird ja in form von einer pyramide wird erst geschaut kannst du es wieder verwerten dann geht es in die ins recycling dann geht es in eine form von entsorgung thermisch oder sogar dann halt im schlimmsten fall die deponierung und genau diese aufspaltung unserer abfallströme haben natürlich im groben bis dahin erfasst aber noch nie in einer in einer granularität wie das für die für das auto dann verwendet haben und was kam jetzt an dem beispiel raus raus kam dass wir erst mal eine sehr hohe verwertungsquote haben also wir sind bei über 97 prozent klingt jetzt sehr sehr viel 97 prozent klingt aus unserer sicht sehr viel genau und wir schauen jetzt natürlich aber auch noch uns an was die letzten drei prozent sind was können wir da optimieren und zukunft vielleicht diese prozent zahl auch noch mal minimieren du hast von scope gesprochen eins bis drei was heißt scope oder kannst du darauf noch mal eingehen ja die scopes zeichnen eigentlich nur den umfang den die berechnung der bilanz umfasst da geht es mir darum schaust du dir die herstellung an und die vorgelagerten emissionen in der wertschöpfungskette oder in der produktkette dann geht es weiter du schaust ja dann auch noch an nach nachdem wir produziert haben wie es dann weiterverwendet wird das produkt was dafür emissionen noch entstehen und eine scope 3 betrachtung ist natürlich eine voll umfassende analyse und aufstellung der emissionen die dein unternehmen erzeugt wir haben ja den gold status erreicht und das klingt schon mal ganz ganz gut gold klingt immer gut aber was genau hat es begründet also was gibt es für technische anforderungen damit man eben genau diesen status erreicht und wo ist dann eben noch genau das letzte der letzte sprung zu platin das recht gold ist ein sehr gutes ergebnis über das wir uns gefreut haben um gold zu bekommen muss man zum beispiel eine nachhaltige einkaufspolitik eingerichtet haben und die muss man auch für zukünftige perioden sicherstellen dazu kommt noch ökologische produktinformationen die wir für unsere kunden bereitstellen oder auch zum beispiel die möglichkeit eine lebenszyklus analyse anzubieten das heißt wir schauen uns an welche emissionen sind tatsächlich zum entstanden unser produkt welches auch immer zu erzeugen und dann zum kunden zu bringen da hat es dann eine gewisse nutzungszeit lass es 40 jahre sein bis hin dann zur entsorgung am ende der entsorgung hast du dann auch eine gewisse gutschrift stellte beton vor das ist ja dann nicht alles verloren sondern du kannst es auch noch mal zertrümmern zerkleinern und als rezyklat verwenden und dann wird in dieser bilanz dann auch praktisch eine gutschrift für dein projekt gerechnet und das wird individuell erstellt oder eine lebenszyklusanalyse kann individuell erstellt werden weil zum beispiel sicher ein unterschied ergibt ob du das jetzt 20 kilometer von hier oder meinetwegen in genua oder irgendwo in kanada mehr oder weniger unsere produkte einbaust dann muss man natürlich auch den transport der güter berücksichtigen ja und das ist also der bereich gewesen im nachhaltigen im sozialen haben wir höhere anforderungen an präventiv maßnahmen erfüllt oder haben sichergestellt und stellen sicher dass unsere mitarbeiter ihre kompetenzen am arbeitsplatz weiterentwickeln können und auch eine gewisse vereinbarkeit von berufs und privatleben gesicher gestellt ist das setzt uns dann ab von silber zu gold umgekehrt für platin haben wir auch schon einiges erfüllt gibt aber die ein oder andere hausaufgabe noch bei uns zum beispiel haben unser gesundheits und sicherheitssystem da müssten wir noch eine höhere zertifizierung anstreben und habe ich ja vorhin schon erwähnt es wird ja immer die ganze wertschöpfungskette betrachtet das heißt auch die lieferanten die vorgeschaltet sind werden bewertet und um da platin zu erreichen müssen wiederum die lieferanten gewisses edelmetall erreicht haben das immer beim ein oder anderen lieferanten schon recht weit aber noch nicht bei allen das heißt im schnitt haben wir die voraussetzung einfach noch nicht erfüllt aber ich bin positiv gestimmt dass wir das in der nächsten zeit oder nächsten jahren auch da dann sicherstellen können und dann liegt es an uns vielleicht sogar noch die höchste stufe zu erklimmen wann findet das nächste audit statt so ein audit findet immer jede drei jahre statt okay das heißt das zertifikat ist jetzt drei jahre gültig das ist richtig von jeweils juni bis juni 2027 so und jetzt was haben wir davon bzw also was wir davon haben vielleicht beginnst du damit mal aber im endeffekt was haben schlussendlich auch unsere kunden davon ich glaube dass das zertifikat das vertrauen unserer kunden und andere stakeholder in uns steigert schlicht und einfach da weil wir zeigen dass wir nachhaltige und ethische geschäftspraktiken ernst nehmen und uns auch dazu verpflichten das ist denke ich mein erster punkt vertrauen und glaubwürdigkeit ein anderer punkt ist natürlich dass wir über das audit sehr viel über uns gelernt haben sehr viel über unsere abläufe was wir verbessern können also der klassiker effizienz und kosteneinsparung da haben wir auch schon vieles an an lektionen für uns abgeleitet wie man auch noch mal prozesse und alles drumherum optimieren können also konnten direkt schon effizienzsteigerung vorgenommen werden oder ja wir haben schon einige verbesserungen in routinen als als hausaufgaben mitgegeben in den fachbereichen liegt das jetzt gerade auch noch zur umsetzung oder wird auch schon angegangen ja und als dritten punkt kann man auch unserer meinung nach eine verbesserung und erfolgreichere ausschreibung marktzugang ableiten viele große bauprojekte und öffentliche ausschreibung setzen mittlerweile nachhaltigkeitszertifikate voraus die drei bekanntesten programme sind das amerikanische lied das britische bream und das deutsche dgnb und auch hier kann das zertifikat angerechnet werden wir sehen also da höhere chancen für unsere kunden und an uns selbst an prestigeträchtigeren projekten teilzunehmen das heißt so eine ausschreibung geht dann vielleicht auch schneller weil man schon eine umfangreiche zertifizierung hat kann sein auf jeden fall können wir mehr nachweise liefern die noch mal klarer und transparenter unsere produkte und die dahinterstehenden leistungen kommunizieren jetzt hast du es hinter dir also zumindest mal der erste schritt was ist so dein fazit also würdest du es genauso noch mal tun würdest du es auch vor allen dingen anderen unternehmen empfehlen so ein auto durchzuführen und so ein umweltbericht genau nach dem csc standard auch umzusetzen ja absolut natürlich muss jedes unternehmen für sich ableiten welches audit an sich für das unternehmen selbst am geeignetsten ist ich persönlich habe es als sehr lehrreich empfunden auch für unsere organisation wir haben echt viel gelernt konnten für uns aber wie schon gesagt einige verbesserungspotenziale und projekte ableiten und die und stärken werden davon bin ich überzeugt also was glaubst du was sind jetzt so langfristige auswirkungen für haurathon was vielleicht auch gern konkret dinge nennen die jetzt schon klar sind wo wir uns optimieren konnten wo wir für die zukunft auch dinge vielleicht erst mal nur in die wege leiten konnten noch gar nicht fertig umgesetzt haben klar aber wo siehst du langfristig die die größten auswirkungen wir haben uns jetzt auf den weg gemacht und ich glaube wir haben ein besseres verständnis davon erhalten an welchen stellschrauben und welchen verbesserungen wir weitermachen können von dem her glaube ich stark dass diese klarheit die wir jetzt erhalten haben uns dabei hilft die langfristigen ziele zu erreichen wie die europäische klimaneutralität bis 2050 und da gehen wir jetzt genau nachdem wir jetzt wissen welche größen wir beeinflussen können wo auch das anfällt gehen wir jetzt genau in die ursachenforschung rein und daraus lässt sich dann programm über die nächsten jahre und dann auch jahrzehnte ableiten ja schön und ich bin sehr gespannt was da alles so auf uns zukommt was es auch für uns mitarbeitenden dann schlussendlich für auswirkungen hat auch das werden wir sicherlich spüren an der ein oder anderen stelle unser paketchen mitbekommen vielleicht also vorab erstmal danke matthias für diesen einblick für die infos dazu das war sehr interessant danke dir vielen dank so Bis zum nächsten Mal.